Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, 100 Haustritter. Und heute kaufen wir ein rosa Königreich, kostet ganze 118.000 Euro, hat 133 Quadratmeter, zwei Etagen, sechs Räume. Mal gucken, wie es wird. Unglaubliches Angebot, der Star Bonnie B. verkauft sein außergewöhnliches Haus zu einem sehr guten Preis. Rein ins Haus, würde ich dann mal sagen. Ob es wirklich so gut ist, das sehen wir ja gleich. Irgendwas würde ich noch sagen? Ja, das sehen wir ja gleich. Mal sehen, ob es geil wird. Ja. So, müssen wir hier mal kurz warten. Ähm. Ha. Mann. So, Slade wieder hier, 50 Jahre, wie immer. Okay, so. Zack, wir sind drin. Es ist auf jeden Fall pink. Das kann man schon mal sagen. Ähm, und ich würde sagen, wir machen hier alles in einer anderen Farbe. Richtig, wir machen hier alles weiß. Außer von außen, von außen lasse ich es, glaube ich so. Digga, der hat ja hier wirklich alles pink. Nein, nee, ich raste hier gleich aus. Äh, hallo? Okay. Okay, hier ist alles pink, ja. Na gut, dann machen wir erstmal hier unten alles, ähm, geiler. Wir können diese Möbel eigentlich hier stehen lassen, aber die Küche zum Beispiel, ähm, ist halt alles, naja, nicht so geil. Was wir auf jeden Fall jetzt machen, ist hier erstmal zwei Riesentöpfe Farbe hinstellen. Und dann hier einmal weiß streichen. Denn das Haus soll nicht mehr pink. Ähm, ja. Wer auch immer dieser komische, ähm, Dingens ist, ich habe keine Ahnung. Also dieser Superstar, der hier anscheinend gewohnt hatte. Wer auch immer das ist, keine Ahnung. Was ist hier für eine Tür? Achso, das ist die Garage. Ich habe schon gerade gewundert. Zack, zack. Das sieht echt dämlich aus. Bei den Instarsor 1 und hier dann wieder nicht. Macht absolut keinen Sinn. Aber wir machen das halt anders. So. Weiß, weiß. So. Zack. Dann hier auch einmal. Hallo. Bitte. Pflanze, gehen Sie weg. Ich muss hier streichen. Ah, perfekt. Wo ist die Farbe? Ich brauche mehr Farbe. Digga, warum haben die jetzt nicht mal ehrlich? Warum ist ja alles pink, ey? Das sieht ja absolut kacke aus. So in einem schönen Weißton. Das sieht doch blendend aus. Das haben wir auch Weiß gemacht. Perfekt. So. Machen wir das hier unten auch kurz mal noch Weiß. So. Zack. Das fängt da hier auch einmal. So. Zack, zack. Zack. Okay. Den Rest machen wir gleich. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir verkaufen jetzt hier erstmal diesen Kühlschrank und kaufen einen neuen. Denn diesen Kühlschrank will ich nicht haben. Kühl Kühlschrank. Zack. Wen nehmen wir denn hier? Ich würde sagen sowas. Oder? Das passt glaube ich ganz gut hier hin. Ja doch, das sieht gut aus. So. Das machen wir einmal weg. Ja doch, es gibt eine Küche. Hallo, warte doch mal. Küche. Da kommt das hier rein. Hallo. Machen Sie bitte. Danke. Passt das? Natürlich nicht. Dann müssen wir hier leider die Pflanze woanders hinstellen. Ich stelle die jetzt einfach hier hin. So. Aber jetzt können wir die bauen. Ich würde sagen wir bauen den äh hier hin. Und dann kommt da nämlich ein Ofen. So. Bzw. ein Herd. So. Perfekt. Kommt da noch ein Tisch hin. S-Tisch. Machen wir so ein. Und dann bauen wir den einfach hier hin. Wir nehmen nämlich auch noch eine gute Sitzmöglichkeit. So. Perfekt. Haben wir das schon mal getan. Das reißen wir hier ab. Perfekt. So. Die lassen wir einfach da oben stehen würde ich sagen. So. Pflanzen kommen hier noch neue hin. So. Pflanzen. Äh. Pflanze. Hallo. Pflanze. Shit. Fensterbettpflanze. Also ob die hier drauf passen. Bauen die einfach hier unten hin. So. Eine reicht auch. Warum brauchen wir noch mehr Rabe? Wisst ihr was ich meine? Auch noch kein Mensch. So. Zack. Fenster reinigen wir hier mal kurz. Dass wir das Haus hier auch ordentlich gemäß sauber lassen. So. Ey. Wenn das wirklich so schnell gehen würde. Fenster sauber zu machen. Dann würde ich es tatsächlich den ganzen Tag machen. Aber leider geht das nicht so schnell. So. Fenster sind sauber. Gut. Jetzt brauchen wir einen neuen Fernseher. Äh. Tisch. Okay. Wir sind ja mal gucken. Ähm. Tisch. Wir gucken einfach mal nach Tisch. Vielleicht finden wir ja hier was. Ähm. Nö. Autsch. Autsch. Tisch. Ähm. Ja gut. Warte mal. Fernseh. Tisch. Fernseh. Na. Ähm. Autsch. Tisch. Ja wir müssen nach dem Couchtisch suchen. Weil die haben irgendwie keinen anderen. Kann man den denn am besten raufpacken? Ich packe den jetzt einfach hier drauf. Sorry Digga. Passt das überhaupt da drauf? Oh ja. Tatsächlich. Ja so halt. Dann lassen wir einfach so. So. Kommt hier auch ein anderer Teppich hin. Teppich. Teppich. Hallo. Dann muss ich halt hier gucken. Äh. Dekoration. Boden. So. Hm. Was nehmen wir denn hier so? Warum ist jetzt hier schon Weihnachtskraft? Nein. 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 Ich würde sagen wir nehmen hier einfach so einen weißen und dann passt das. Und der ist ja voll riesig. So. Perfekt. Äh. Die Pflanze kommt natürlich weg. So. Couch. Couch. Da brauchen wir natürlich eine neue. Oder weil wir mal Sofa heißt das glaube ich hier. Ja. Nehmen wir hier mal so ein schwarzes. Ich glaube das könnte auch ganz gut passen. Dann auch noch einen anderen Tisch. Couch. Couch. Nehmen wir hier so einen weißen Runden. Äh. Einen weißen Runden. So. Das Bild kommt weg. So. Ein neues Bild kommt hin. Einfach so einen Pinsel. Wo mich das etwas hin so. Passt schon. Hm. Na. Eigentlich will ich das weg machen. Aber ich habe keine Ahnung wie das heißt. Deswegen lasse ich es einfach mal da stehen. So. Pack mir die Farbe hier mal nach oben. Ach. Hier oben sind ja auch noch Räume. Oh. Also ich mache auf jeden Fall den Flur hier oben noch. Weiß. Und dann würde ich das. Ja. Wobei ich glaube ich lasse es einfach hier unten so weiß. Und oben. Machen die das dann so. Kein Bock mehr hier. Ich kündige. Es ist zwar mein Haus. Aber ich kündige trotzdem das Haus. So. Wir haben 1000 Euro ausgeben für. Möbel. Ach guck mal. Wir haben weniger ausgeben für Möbel. Aber dafür. Mehr rausgekriegt. Ich sage mal. So. Also das 4. Junge. Ich habe 118 dafür bezahlt. Was willst du? Warte mal. Äh. 10.000 mehr. Oder? Der will mir. glaube ich 109 geben. Und dann sind es mal 19. Ne. Dann muss ich tatsächlich noch so viel machen. Gucken wir mal wer das macht. Ha. Wir wären sehr glücklich wenn wir hier einziehen können. Jo. Dann mal Angebot annehmen. Also ergibt uns jetzt 120.000 glaube ich. Oder so. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt halt auch nicht mehr gesehen. Okay Leute. Ich würde sagen das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne liken. Habt einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiv Videobloger damit ihr keinem nicht mehr verpasst. Hat einen Traum auf den Tag. Haut rein Leute. Euer Sando. Ciao. 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 Euer Sando. Euer Sando. Ges implementation. Untertitelung des ZDF, 2020